Mein Name ist Michael Scholz. Günther Heinrich Stumpf. Michaela Dull-Lämmer. Ernst Heller. Willi Ehre. Ewald Wolf. Dass ich natürlich meinem James Bond die Unterwäsche aus Angora kaufe, hätte man auch nie träumen lassen. Als Sicherheitsdienst haben wir gar keiner gehabt. Habe ich aufgepasst. Wie sagt man eben, ich sage dich. Wenn was hier gepasst hat, dann hat es schon geknallt. Die waren auch froh, wenn mal einer eine gute Idee hatte. Besser das schaffen wie Reiter. Ich habe auch nur geschafft. Es fühlt sich wirklich wie Familie an. Halleluja! Hallo! Ich bin Karls. Ich bin Karlsruhe. Untertitelung des ZDF, 2020